Willkommen zurück jetzt zu einer neuen Wetterverjahrsage auf Wetter. Dankeschön fürs heute einschalten und wir haben heute wieder ein wirklich was zu reden. Bedeutet, wenn ihr keine Info verpassen wollt, dann bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Und wir starten jetzt einfach mal mit dem Satelliten hier. Was für eine Überraschung, ich weiß. Und da haben wir jetzt noch aktuell die Reste von unseren Systemen, was wir die letzten Tage hier in Deutschland hatten. Da haben wir aktuell generell noch einige Wolkenfelder in diesem ganzen Streifen hier. Also vor allem so in der Osthälfte noch und dann vor allem auch noch in der Südhälfte, also auch in der Südhälfte, da sind weiterhin auch Wolken angesagt. Aber ansonsten denke ich mal, dass auch hier soweit dann alles bald auch vorbei sein dürfte und rausgezogen sein dürfte. Ich denke mal, bis zum Mittag hin werden wir kaum noch Bewölkung in Deutschland haben. Also vielleicht auch früher nach Mittag hin ungefähr so in dem Bereich. Ich denke mal, dann haben wir keine großen Probleme mehr mit diesen Wolken hier. Wir haben auch noch ein paar kleine Regengebiete und vielleicht auch leichte Gewitter, die sich hier entwickelt haben im Nordosten aktuell. Aber die haben ja aktuell auch keine Gewitteraktivität mehr drin. Von daher denke ich mal, ist da einfach nur größtenteils noch ein bisschen Regen drin. Bis auf den Süden, auch da haben wir noch mal ein paar kleine Gebiete, die vielleicht auch noch mal ein bisschen Regen bringen könnten in diesen Orten hier. Aber ansonsten denke ich mal, dass hier soweit auch das Schlimmste dann erstmal vorbei ist und das Ganze dann auch hier langsam aber sicher aus Deutschland alles rauszieht. Und ich denke mal, wie gesagt, bis zum grünen Nachmittag, denke ich mal, dürfte dann auch soweit alles aus Deutschland rausgezogen sein. Dann werden wir wahrscheinlich mit diesen Wolken auch kein großes Problem mehr haben. Und da sind wir in großen Teilen von Deutschland relativ klar, haben viel Sonneneinstrahlung und das gibt auch schon mal den Wind vor für die nächsten Tage, weil wir erwarten einen Teil, oder wir erwarten ja doch schon eine starke Hilfswelle. Und dazu komme ich gleich ein bisschen genauer. Jetzt erstmal kommen wir zum Deutschen Wetterdienst, denn auch der hat ein paar Warnungen für heute rausgegeben. Da wollen wir mal kurz einen Blick drauf werfen. Und zwar haben wir eine Gewitterwarnung nochmal, da können wir nochmal ganz kurz reingehen. Für heute, und zwar wird hier geschrieben, anfangs in der nördlichen Mitte und am Alpenrand im Tagesverlauf im Nordosten einzelne Gewitter. Dabei vereistet Starkregen um 15 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, sowie Böden um 60 kmh und Kleinköniger Hagel. Also auch hier nicht wirklich was super heftiges heute. Hier, wie gesagt, wird geschrieben, dass wir ein paar kleine Gewitter nochmal im Tagesverlauf haben können. Zum Beispiel hier am Alpenrand oder in der nördlichen Mitte oder halt im Nordosten. Und größtenteils werden die aber auch nicht allzu stark ausfallen. Also hier wird jetzt geredet von 15 Liter pro Quadratmeter Starkregen, dann Böden um 60 kmh und Kleinköniger Hagel. Also auch nicht wirklich was super heftiges, was hier heute erwartet wird. Aber natürlich trotzdem, damit ihr auch nochmal hier in die Richtung Bescheid wisst, dass wir da auch ein paar Warnungen haben. Deswegen würde ich sagen, kommen wir einfach mal zum Modell. Und da schauen wir mal ganz kurz rein, wie es jetzt weitergehen könnte. So, werfen wir einfach mal einen Blick drauf. Das ist jetzt noch der letzte Rest hier von unserem Gebiet. Und wie gesagt, ich denke mal bis zum Mittag, frühen Mittag oder Nachmittag, besser gesagt frühen Nachmittag, ich denke mal, dass dann soweit auch das Coolste von dem Gebiet rausgezogen ist. Und dann sind wir tatsächlich auch ziemlich klar in großen Teilen von Deutschland. Also haben ziemlich klares Wetter in großen Teilen von Deutschland. Und das ist ja wahrscheinlich auch eine relativ lange Zeit. Das nächste Mal, wo es vielleicht nochmal irgendwas geben könnte in Deutschland, wäre dann Mittwoch. Also haben wir dann jetzt vielleicht 1, 2, 3 Tage, wo vielleicht mal nicht ganz so viel passiert in Deutschland. Wie gesagt, dann ab Mittwoch vielleicht nochmal ein paar kleine Gebiete hier in Deutschland. Vielleicht auch kleine Gewitter, weil es wird sich auch sehr aufheißen in Deutschland. Habe ich ja schon angesprochen. Wir erwarten eine starke Hitzewelle hier in Deutschland. Das gucken wir gleich ein bisschen genauer rein. Und dann am Donnerstag bekommen wir auch nochmal ein neues System rein. Auch nochmal Regen. Vor allem dann auch wieder hier für diesen Streifen hier in dem Gebiet. Aber natürlich muss man hier auch nochmal die Eisseiten abwarten, was dann hier die nächsten Tage berechnet wird. Auf jeden Fall hätten wir auch mit dem Gebiet hier ein Tiefdruckgebiet assoziiert, was natürlich dafür sprechen würde, dass wir auf jeden Fall einiges an Regen erwarten können. Vielleicht auch wieder Wind. Und ich denke auch tatsächlich, dass wir hier ein wenig, ja, Gewitter auch mit diesem Gebiet sehen werden. Aber wie gesagt, das muss man auch abwarten, was dann die nächsten Tage hier berechnet wird. Also Sonntag wird jetzt wahrscheinlich erstmal nichts passieren. Dann Montag sehr wahrscheinlich auch nicht. Dann Dienstag auch nicht. Mittwoch auch nur Kleinigkeiten, vor allem dann so in der Westhälfte. Und am Donnerstag haben wir dann vielleicht ein nächstes Gebiet dann in Deutschland, was vielleicht interessanter werden könnte. Aber wie gesagt, das muss man auch abwarten hier. Dann bekommen wir nochmal eine etwas interessantere Front dann hier für den Süden rein. Aber auch da, wie gesagt, abwarten, was dann die nächsten Tage hier berechnet wird darüber. Was für eine starke Hitzewelle mache ich denn? Weil man merkt ja gerade noch nicht viel da draußen, ne? Das liegt auch ganz simpel daran, dass wir jetzt ja unser System reinbekommen haben hier, was jetzt die ganze warme Luft, die wir die letzten Tage hier in Deutschland hatten, rausgedrückt hat. Und dementsprechend werden wir heute auch für große Teile von Deutschland relativ kühlere Temperaturen erwarten können. Vor allem in diesem Streifen hier dann. Bis auf der Süden, die haben wahrscheinlich noch ein bisschen Glück, je nachdem wie man es sehen möchte, dass wir hier noch weiter ein bisschen wärmere Temperaturen haben. Aber auch hier kein Vergleich zu den letzten Tagen. Dennoch wird es gerade so in der Südhälfte nochmal ein bisschen wärmer werden können. Denke ich mal, dass es da so am wärmsten sein wird. Allerdings wird das Ganze auch nicht relativ lange bleiben mit der kühlen Luft in Deutschland. Und es wird sich dann ab Montag schlagartig warme Luft über Deutschland aufbauen. Und dann haben wir diese heiße Luft, die ich ja schon vor ein paar Tagen angesprochen hatte, in Frankreich, die wir in diesem ganzen Streifen hier haben. Das sind wirklich sehr, sehr, sehr heiße Temperaturen hier teilweise bis zu 40 Grad, die wir hier in dem Bereich haben. Und das Ganze wird sich bis nach Deutschland ausbreiten. Vor allem für die Südhälfte dann auch wieder. Und dann ab Mittwoch werden wir wahrscheinlich in großen Teilen von Deutschland auch nochmal sehr heiße Temperaturen erwarten können. Aber man sieht ja auch recht gut unser Tiefdruckgebiet, was hier durchzieht, einmal in diesem Streifen hier. Dass er einmal so diese, ja, diese Strecke nehmen wird. Und das könnte dann vielleicht nochmal ein bisschen kühlere Temperaturen nach Deutschland bringen. Aber jetzt erstmal Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag sehr heiße Tage für Deutschland. Vor allem für die Südhälfte. Ich denke mal, da werden wir auch die heißen Temperaturen, die stärkste Wärmebelastung erwarten können. Und ich würde tatsächlich in einzelnen Orten vielleicht auch hier bis zu 40 Grad nicht ausschließen, wenn das so kommen sollte. Weil das schon wirklich sehr, sehr, sehr heiße Temperaturen hier in dem Bereich sein werden. Generell wird sich das Ganze aber in großen Teilen von Deutschland aufbauen. Das bedeutet, ich denke mal, ab morgen können wir auch in großen Teilen von Deutschland mit sehr warmen bis heißen Temperaturen rechnen. Und ab Donnerstag dann wahrscheinlich auch für große Teile von Deutschland, ab Dienstag, Entschuldigung. Dann ab Mittwoch natürlich auch nochmal sehr heiß in großen Teilen von Deutschland. Und dann ab Donnerstag auch nochmal für große Teile von Deutschland sehr, sehr, sehr heiß. Dementsprechend können wir natürlich auch manche tropische Nächte nicht ausschließen. Damit ihr euch auch da schon mal so ein Bild machen könnt. Also starke Hitzewelle auf dem Weg. Und kommt mir jetzt nicht wieder in den Kommentaren mit, ja es ist Sommer, da gibt es sowas. Ja, das habe ich auch nie angezweifelt. Aber es gibt trotzdem noch Hitzewellen und die will ich noch ansprechen hier. Und einige werden sich jetzt wahrscheinlich auch fragen, wie geht es denn jetzt weiter mit den Gewitterlagen hier. Und ich denke mal, da könnte der August nochmal einiges für uns bereithalten. Wir gehen aber mal ein bisschen weiter nach vorne. Denn hier sehen wir schon langsam diesen ersten Cape, dieses erste Cape, was dann hier über Frankreich aufbauen wird. Was ja auch an den heißen Temperaturen hier liegen wird. Hier haben wir vielleicht eine erste kleine Lage, dass hier was entwickelt in dem Bereich. Und dann hier einmal durchdrückt, dieses Cape wegdrückt, was man ja auch recht gut sieht. Das könnte so am 31. bis zum 1. August sein. Haben wir wieder Cape aufbau für die Südhälfte. Haben wir nochmal eine Gewitterlage hier vielleicht am 2. für diesen Streifen wieder explizit. Muss aber auch keine Gewitterlage sein, kommt halt auch auf die anderen, ja Parameter an dann hier. Haben wir nochmal eine Lage vielleicht am 3. dann am 4. 5. vielleicht auch nochmal. Dann haben wir nochmal hier eine Lage am 7. vor allem dann für diesen Bereich hier ungefähr. Das könnte vielleicht nochmal interessant werden, weil man auch hier recht gut sieht, wie das Cape hier weggefressen wird. Aber auch das, wie gesagt, muss man noch ein bisschen genauer abwarten, was dann hier die nächsten Läufe berechnet wird. Also auch hier wieder, wie gesagt, eine nächste Gewitterlage, mögliche Gewitterlage. Dann haben wir hier nochmal eine Gewitterlage vielleicht. Und dann haben wir hier wieder Cape aufbau für die Südhälfte. Und dann wieder eine Gewitterlage, vor allem dann am 12. August. Also ihr merkt schon, wir haben jetzt erstmal keine super starke Gewitterlage auf dem Weg. Also vor allem was die Cape-Werte angeht, wird jetzt nicht allzu heftig sein. Es reicht aber aus für einzelne kräftige Gewitterlagen auch dann hier. Und die muss man natürlich abwarten. Und ich denke mal, was am meisten betroffen sein wird die nächsten Wochen über, ja, oder die letzte Gewitterphase noch über jetzt, zumindest was ich hier erkennen kann, vor allem der Süden. Also gerade Bayern und Baden-Württemberg, denke ich, werden sehr davon betroffen sein von diesen letzten Gewitterlagen dann hier dieses Jahr. Es kann aber auch natürlich nochmal Gewitterlagen hier in diesem ganzen Streifen von Deutschland geben. Aber das muss man natürlich, wie gesagt, dann die einzelnen Lagen abwarten, wie es dann da immer berechnet wird vom Model her. Und da werde ich euch natürlich dann auch hier auf dem Laufenden halten. So, zu guter Letzt will ich nochmal zwei Kanäle ein bisschen pushen, sag ich mal, wenn man es so denn möchte. Und zwar einmal Dräuft und dann einmal nochmal Niklas, also StormTrack LPH. Ich denke mal, für die Leute, die häufiger von euch in den Livestreams dabei sind, die dürften die beiden auch relativ gut kennen. Und die beiden sind jetzt schon seit wirklich sehr, sehr, sehr langer Zeit auf meinem Kanal dabei, seit dem fast anfänglichen Stadium. Und deshalb möchte ich, geht bitte mal zu denen rüber, lasst da gerne Support da, lasst da gerne mal irgendwie ein Like da oder schreibt da gerne mal einen netten Kommentar und so weiter. Die machen generell beide Videos über Gewitterlagen dann halt, also nicht über Gewitterlagen, aber halt, wenn der Gewitterfront durchzieht, machen die halt sehr gute, hochqualitative Videos. Wie gesagt, schaut da auf jeden Fall bitte gerne mal rein, lasst ein Abo da, macht dem gerne die 500 Abos voll. Und das gleiche natürlich auch nochmal bei Niklas hier, lasst auch da natürlich gerne mal ein Abo da, er macht auch gute Videos über solche Gewitter, die halt dann durch den Ort ziehen. Also guckt bei den beiden vorbei, würde mich sehr freuen. Wie gesagt, beide Links zu den Kanälen in der Beschreibung. Und jetzt würde ich sagen, war es das soweit auch mit diesem Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, ihr konntet ein paar Infos mitnehmen. Wenn ja, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Like freuen. Wenn in Zukunft keine neuen Videos mehr verpassen wollt, dann lasst ein Abo da und drittet die Glocke an. Und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt euch mal, schaut rein und ciao.